So, Session 4, meine lieben Freunde, aha, 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 da fährt einer FKK, und ich bin nicht dabei, ich bin hinter, mit meinem Auto. Schau, schau, ich lenke dein Auto, gell? Hast du nicht gesehen, wo ich mein Auto gefahren bin? Ja, ja, das ist ja interessant, was du für mich hast damit, gell? Ja, ja, das willst du ja gar nicht wahrhaben, gell? Bitte schau mal, wie schräg, ha? Hi! Ich finde nicht so gut, wenn ich da hier zu Hause bin, würde. Das ist ja gar nichts. Ich bin der Hüste, ich bin der Hüste, sie bin der Hüste, zu Hause. Wir sind der Hüste, also wie das habe ich, oder wie das? Ach, wenn, hey, 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 hey. Oh, ich glaube das war jetzt der Fahrfehler, das ist jetzt der Mann, der am Fahrpedal ist, der hat da einen Fehler gemacht. Du hättest müssen gleich fahren können. Was? Was wollt ihr hier sein? Erst gibt er nicht so viel Gas, und dann noch ein paar Mal gibt er wieder vollen können. Ich hab so da, ich hab so da, dann wollt ihr ein bisschen schneller, ist ja nichts da, und dann ist er ein bisschen weg weg, und dann ist er voll weg. Niki, bitte! Papa, der Fußgott müsste kommen mit seinem großen. Da ist ja gar nicht lustig von vorne. Guckst du, ich bin da gut eingepackt. Mein Mann zeigt sie. Da, alle gleichzeitig. Wenn es das Zaun bringt. Das ist ja gar nicht lustig von der Fußgott. Da ist ja gar nicht lustig von der Fußgott. So, jetzt kommt es noch ein Ding! Das sieht es genau auf. Wir haben auch hier. Batterien, ich hab noch Batterien. Das ist halt das Leiden bei den Akkus. Wenn der zum Blinken anfängt, dann ist es sofort aus. Dann dauert es nicht lang. Mit der Brände kannst du noch länger fahren. Ja, mit der kannst du gleich noch. Problemlos. Aber es ist halt, umweltfreundlicher sind halt die Akkus. So hilft halt nichts. So, geht schon. Oh, oh, oh. Falsch gefahren. Da hilft dir jetzt der neuen S-Prasche auch nichts. Die radeln ohne in der Luft sanken. Okay. Alles muss nicht sein. Gewaltexzesse. So, gut gemacht. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich meine, jetzt kannst du nur probieren, Grot und Uhr, wo man fährt. So, ja. Das ist jetzt so Grot und Grot ausgegangen. Mit dem, mit dem, wie heißt der Burschner? Niki. Mit dem Niki sein wird sich das vielleicht ein bisschen besser ausgeht, wenn er es gescheit angeht. Und jetzt rechts einschlagen, rechts einschlagen, rechts einschlagen. Vorher, 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 Niki, Vorher. Da hat ich keinen Platz hinten. So, ja. Jawohl. Jawohl. Au, ja. Das ist halt gut. Da tut mir das Herz weh. Das ist halt gut. Ja. So, wir sind da hinten, Mark. Ja. Ja, ja, ja. Das ist super weit, aber dann gehen wir nicht mal an, dann geht's. Er kippt er bereits auf hier. Er kippt er bereits auf, ja? Er kippt er bereits auf, ja? Perfekt. Nein, er kann es ja eh. Das könnte passieren, ja? Ganz schnell. Ja, das ist nur, wenn es ihn gerade richtig erwischt. Oh, ich glaube, das Szene habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video gesehen. Das ist dein Strom, Maus. Auf. 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 Rechts haben wir. Jawohl. Geht ja. Es ist nur ohne Probleme aufzunehmen, Papa. Ja. Genau so ist es. Du hast den Glück gehabt, dass du gerade die Linie erwischt hast. Weil ausgesucht hast du nicht. Jetzt ist er, glaube ich, ja. Jetzt müssen sie drauf bleiben, gell? Jetzt ist er nicht aufhören dürfen. Ah, rechts springen. Ja, du musst weiter links rum. Komm mal. Und jetzt ist der blöde Oster um ihm weg, ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Harald, du vorstellst, wenn du mit dem Anschluss. Aha, okay. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Du musst gleich wieder schlafen, dass wir so jetzt. Danke. Ja, 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 danke. Das war schön, vielen Dank. Ich glaube, das wird auch mit meiner gehen. Hör auf, du kriegst dir alles nieder. Nein, das probiere ich gar nicht. Ja, tut mir leid um das Material wirklich. So, weiß ich. Ja. Warte, aber wenn es da bei euch was macht, dann raf ihn auch hin, mit der Einzwickerei. Und das steht nicht wirklich dafür. Ohne Probleme aufgeschaffen. Langsamer. 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 Langsamer, das Kommando gilt immer für den ersten Fuhren. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ja, du hast dich auf das konzentriert, was du hinfahrst, nicht, was du schiebst. Aha, du hast uns den gleichen Fehler gemacht wie du. Ah, ich wollte anders. Ich wollte anders. So. Ich schaue dir ein bisschen aus. Jochen? Komm mal wieder raus, ey. Kann man aber halten, oder? Okay. Die Sperren sind drin, oder? Ja, da werden dir die Sperren auch nix helfen. Wie gesagt, mit Gewalt geht am Allerweinigsten. Ja, da werden dir die Sperren auch nix helfen. Wie gesagt, mit Gewalt geht am Allerweinigsten. Ah, die Stufen beim linken Hinterradl, schau mal. Die sind reich. Ja, so ist es, so ist es, ja. Schau, ich bin da oben. Ah, das ist eine ganz interessante Variante. Hast du irgendeinen Abstieg jetzt? Ja. Habe. Was sind denn da oben? Warte, aus, wo, Fräurel? Den hat's oben gebaut. Auf, ich kann den noch mal. Auf, ich kann den. Den hat's oben knickt. Auf, ich hab's oben. Ja. Sieht das schon wieder? Ja. Packen schon. Ab, nein. Nein, das war die Tochter vom Gasthaus, Harry. Ja, das war's. 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 Du hast auf der Seite, wo du denn? Ja, das war's. Das war's für heute. Ups, Entschuldigung. Hat die Bucht ja auch ein paar Eier nicht, oder? So, Fähre neben mir, und die anderen zwei hinten eben noch. Schau auf dem Weg für sein Auto. Der hier darf kein Auto fahren. Seine Fähre trägen wir an, weil der kommt eh leicht rüber rauf. Seine Auto mit meinen verwechseln. Weiss auf dem Weg für das. Den guten Tag ist er doch immer voll vor. Es gibt aber auch einen weiteren Weg zu arbeiten. Und jetzt auf dem Weg ein paar Leute, die wir im Auto haben. Es gibt dann schon die Bucht zu weg. Und dann schauen wir uns auf die Richtung aus. Es gibt dann das Bild aus der Infobachtgeschichte. Nicht nachschauen, das war's. Gleich aufs. So, bitte. Geht schon. Bis es jetzt geht, habt ihr es ja gesehen, oder? Auf und weiter, auf und weiter, Ari! Nämlich die Wurzel am Hinterrad ist nämlich das Übel. Wenn du es gleich rüberkommst, siehst du, wie das ist, ist der Rappen ein bisschen zu hoch. Um eine Spur. Warte, weil da knickt er da zu viel ein, gell? Ja, ja. Ja, mit dem muss das ja locker gehen, normal. Ah! Ja, auf! Das ist nicht die paar Autos. Das ist doch. Halt, schwer. So, halt. Über ihn geht es gleich noch mal. Uh, uh, uh! Schau, wo mein Auto fährt. Du fährst schon wieder. Nein, dann fährst du. Jetzt kommt! Auf geht's! Oh, das geht los! So! So! Und ein paar Leute, alle zusammen. Sehr gut! Und der Harald gehört natürlich auch dazu. So! Jetzt haben wir alle ein paar andere, ne? Nala! Und Schnitt!